Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. 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 Oh, und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's! Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. So, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Nebba, 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 nebba. Hier suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Es sind alles Primzahlen. Was, wenn ich Quersummen bilde? Es sind alles Primzahlen. Oh, ich hebe mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Stellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Ich denke, schnuck. Welche Glückwunnen war ein Stück im Mosaik. Ich hab mir ein Stück. fragment, wie er macht. Ich habe ein Stück im Mosaik. Oh, ich hab dich von mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017